Wir, die BERESA, wir sind eine Autohausgruppe, in der rund 1.100 Menschen arbeiten, verteilt auf 18 Standorte. Wir bieten ein breites Spektrum rund um die Mobilität, Verkauf, Service, Vermietung, Carsharing und das Ganze vom Smart bis zum 40-Tonner. Die gesamte Bandbreite, die man dann brauchen kann. Uns gibt es seit über 100 Jahren. Wir sind also schon ganz schön alt und haben auch eine ganze Menge erlebt. Das Wirtschaftsreieck Münster-Bielefeld-Osnabrück ist unsere regionale Basis, in der wir zu Hause sind und gleichzeitig erobern wir auch den Online-Markt immer mehr. Wir stehen, wie viele Mitbewerber der Branche auch, vor ganz vielen Herausforderungen im Bereich Personal. Das ist zum einen natürlich der Fachkräftemangel, der demografische Wandel, der War of Talents, das erfolgreiche Onboarden von jüngeren Generationen, Y, Z und so weiter. Und natürlich der Selbstanspruch, möglichst alle Prozesse im Personalbereich zu digitalisieren. Magellan hat aus unserer Sicht, also aus Sicht des ganzen Teams, viele Vorteile. Wir haben den Auswahlprozess zwischen verschiedenen Anbietern auch sehr gemeinsam, hausintern gestaltet. Und es gibt sicherlich in den einzelnen Modulen, sage ich mal, andere Softwareanbieter, die dort aus historischen Gründen zum Teil einen größeren Schwerpunkt haben. Aber wir haben keine Software als so funktional und breit aufgesetzt und flexibel erlebt wie Magellan. Mein Arbeitstag startet mit Magellan. Ich starte von hier aus sämtliche Arbeiten. Ich werde alle Prozesse von Magellan aus Tag für Tag in die Wege leiten. Ich kommuniziere über Magellan mit allen Führungskräften, mit dem Betriebsrat, mit den Geschäftsführern, mit den Bewerbern, mit den Kolleginnen. Im Moment ist Magellan der Dreh- und Angelpunkt, von wo aus alle weiteren Aufgaben verteilt werden. Die Partnerschaft zwischen Guidecom und Buresa ist freundschaftlich, professionell, direkt, meistens sogar lustig, kurze Responszeiten mit einer regionalen Nähe, weil wir natürlich beide in Münster ansässig sind. Die Guidecom würde ich beschreiben als ein absolut professionelles Unternehmen. Es sind Spezialisten aus sämtlichen Bereichen tätig und genau diese betreuen die ganzen Produktbausteine. Also jeder Prozessbetreuer weiß über seinen Bereich absolut Bescheid, kommt aus diesem Bereich, hat Berufserfahrung. Es sind keine Theoretiker, sondern es sind immer Menschen, die schon in der Praxis tätig waren und genau wissen, wo Theorie und Praxis auseinander geht und das wirklich bestmöglich miteinander verzahnen können. Bis zum nächsten Mal.